Hallo Freunde, willkommen zurück bei XCOM. Im Exalt-Hauptquartier könnte man sich eigentlich richtig wohl fühlen. Wir müssen nur noch ein paar Störenfriede rauswerfen und dann gehört es uns. Das machen wir jetzt gleich. Viel Spaß. Jetzt kriegt der Sturmsoldat natürlich erstmal richtig Gruppenkeile. Au. Okay. Das war schon mal nicht so schlecht. Polozin ist natürlich jetzt hässlich, aber der Scharfschütze trifft auf jeden Fall. Und wenn er denn schießt. Er kann natürlich auch zwei Bewegungen machen. Das schadet mir ja erstmal nicht. Okay. Ich bin wenig verwirrt. Aber nicht unglücklich. So müsste die Drohne dann die Tür blockieren und ihn flankieren. Sehr beeindruckend. Sie haben es sogar geschafft, unseren Hologlobe nachzubauen. Na toll. Sieben. Elf sind möglich. Die Drohne schwächelt ein bisschen. Ich glaube hier können wir es dem Scharfschützen so richtig zeigen. Autsch. 15 kritisch ist ganz okay, würde ich sagen. Jetzt haben wir hier natürlich schon eine Flanke etabliert. Das funktioniert ganz gut. Das ist vielleicht doof mit dem Dach. Ich habe das Gefühl, die Scharfschützchen ist da nicht so ganz in ihrem Element heute. Spurten ist da unnötig. Ich habe das Gefühl, die Scharfschützchen ist da nicht so ganz in ihrem Element. Okay. Ich sehe es ein. Die Dachidee war blöd. Da können die Leute weniger machen, als ich mir wünschen würde. 70% ist eigentlich schön. Wenn wir das jetzt noch mit dem Plasma-Gewehr machen, haben wir sogar eine reelle Chance für echt Schaden. Gräme dich nicht. Kriegen wir hin. Freya, pass auf. Du machst Leute platt. Warte, ey. Bäh. Warum hat die andere... 57%? Augen zu und durch. Ich habe das Gefühl, es wird wieder eine dieser Missionen zugegeben. 57% war agriskant. Hätte nicht sein müssen. Was ist denn Sicherheitsprotokoll Alpha? Ach, Freya. Der steht direkt davor. Verschmutzung der Zieloptik registriert. Damit redest du dich immer raus. So dreckig kann die Linse gar nicht sein. Gut, der hier oben ist Feldposten. Aber dürfte Freya erstmal nicht sehen. Funktioniert das? Das kann funktionieren. Eine neue Position. Hm. Ach, was soll's. Flammenwerfer aktiviert. Oh, hört ihr, wie er sich freut? Vielleicht auch nicht. Jetzt hat das mal kuschelig warm. Und beschwert sich nur darüber. Machen wir das mal so. Das ist spitze. Haben wir neue Sachen aufgedeckt? Ist doch super. Ihn erlösen wir. Wenn ich jetzt wüsste, dass ich durch die Wand mit der Nahkampfwaffe komme und ihn immer noch treffen kann, wäre das die Position, die ich mir aussuchen würde. Auf der anderen Seite hat Marvin dann auch keine Deckung mehr. Und dann spielt's keine Rolle. Und dann können wir das auch gleich so machen. So. Und dann haben wir noch unsere Schraubschützin. Und dann haben wir noch unsere Schraubschützin. die in dem Gefecht viel zu wenig macht. Aber, naja. Oh, ein ganzer Schaden. Mädel, übertreib's nicht. Bei ihm bin ich mir nicht so ganz sicher, was ich ihm jetzt noch machen lasse. Er hat halt den großen Vorteil, dass er oft unsichtbar ist. Also dürfte ihm auch relativ wenig passieren. Das ärgert mich gerade am allermeisten. Ich würde ihm ganz gerne eine reinbrezeln. Aber das wird schwierig. Hierher hab... Bäh. Langsam. Hier hab ich wahrscheinlich die besten Chancen. 50%. Naja, 50-50. Ich treff, oder ich treff not. Das war nicht mal ein Versuch. Das war ja meilenweit weg. Jetzt darfst Freya ausbaden. Hoffentlich verlieren wir die nicht. Meine Position wird beschossen. Daneben. Die treffen gar nix heute. Und ich konzentriere mich auch nicht richtig. Freya steht total blöd. Aber die treffen auch nix. Ich glaube, das liegt am argentinischen Essen oder so. Das ist ja schlimm. Ich will sehen, was passiert. Ah. Das passiert. Alles klar. Gut. Drohne. Was darfst du tun? Freya könnte sich wahrscheinlich um den da oben kümmern. Die Drohne kümmert sich mal um den hier rechts. Und der, der jetzt im Moment flankiert wird, ist wahrscheinlich ein Nahkampfreichweite für Marvin. So hat jeder was zu tun und alle sind glücklich. Ach, wie fies. Aber die treffen auch nix. So muss das sein. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Jupp. Wenigstens die Drohne trifft hin und wieder. So Marvin, dann zeig mal, was in dir steckt. Oder zumindest in deiner linken Hand. Aha. Interessant. Tja, sorry Kumpel. Dann muss das so gehen. Also ich hatte das nicht als Treffer gesehen, aber... Na gut. Ich werde mich da jetzt mal nicht beschweren. Was muss, das muss. So, Freya darf dann den hier flankieren. 91%. Ich weiß nicht, ob sie das schafft. Immerhin. Ich glaube, das war der erste Treffer durch Freya. Wieso ist er jetzt enttarnt? Ich verstehe das mit dieser mimetischen Haut noch nicht so ganz. Nicht mal halb. Okay. Wir haben hier draußen, glaube ich, noch einen. Der ist ein bisschen geflüchtet. Und er ist ein bisschen angeschlagen. Und jetzt ist er wieder verborgen. Na gut. Ist in Ordnung. Ich würde sagen, ihm schicken wir noch ein bisschen Verstärkung hinterher. In Form von unserer Scharfschützin. Und vielleicht schicken wir Voodoo auch noch hinterher. Ich meine, hier drüben haben wir Freya, die Drohne und Marvin. Das ist so unsere Roboter-Ecke. Und Freya kann eigentlich alle versorgen. Ja, da schicken wir mal hier noch Voodoo hinter unserem Ivan her. So hat jeder was zu tun. Und jede Flanke kann was. In Anführungszeichen. Wurde nicht ausgeschaltet. Ich wiederhole. Feindkräfte weit hin in der Anlage aktiv. Sicherheitsprotokoll Omega wird ausgeführt. Okay. Wenn Alpha für die erste Aktion steht und Omega für das letzte Mittel, dann könnte das hässlich werden. Verstanden. Los geht's. Die werden doch nicht ihre eigene Basis in die Luft sprengen, nur um uns auszuschalten. Das wäre sehr unsportlich. Das was gehört sich einfach nicht. Marvin möchte ich haben. Ja, Marvin muss dringend mal nachladen. Wäre eigentlich was. Aber Dinge, die mir gut gefallen würden, wenn hier die Deckung fehlt und die beiden ein bisschen Schaden erleiden. Die Deckung ist in meiner Position. Okay. Der hat seine Deckung selbst zerstört. Das ist erstmal in Ordnung. Das ist doch ein Wort. So, jetzt möchte ich ganz gern, dass die Drohne bis hierher fährt. Und dann von der Drohne aus gesehen den rechten. Genau den, der angreift. Also, irgendwie tut mir die KI gerade ein bisschen leid. Sie leidet genauso sehr wie ich in manchen Missionen. Und da kannst du einfach nichts machen, wenn die Leute nichts treffen. Der Grund dafür, dass die Drohne den ausgeschalten hat. Freya hat von hier oben einen besseren Sichtwinkel auf den da unten. Das ist eigentlich schon der ganze Grund. Ich bin in mir nämlich nicht sicher, ob Freya den da rechts dann hätte treffen können. Aber ich sehe gerade, sie trifft überhaupt nichts. Sie muss nachladen. Dafür steht sie jetzt natürlich. Super. Klare Sache. Sichtung. Trefferwasche. Oh, viele. Und die wissen nicht, dass er hier ist. Muahaha. Ich glaube, da möchte ich jetzt auch erstmal keinen Feldposten nehmen. Sonst wissen die gleich, dass wir da sind. Also, das gefällt mir wahnsinnig gut. Mimetische Haut. Eins plus. Ja, macht ihr mal. Au. Das kann eben erst nachgeladen. Dann verplemper's nicht. Mädel. Echt nicht. Mach Sachen. Hatte ich Großaufnahme von. Gut. Das heißt, wir haben hier eine Scharfschützin auf dem Dach, die möglicherweise... Trifft man von hier aus dann diese... Finden wir es raus? Na? Klappt nicht. Super. Super. Verstanden. Marvin, bitte. Danke. Marvin muss immer noch nachladen. Aber wenn wir hier ein paar Schritte laufen... Ich stelle mir das ungefähr hier vor. Jetzt haben wir die drei auch offiziell entdeckt. In Ordnung. Da war doch gerade eine Position. Die gefällt mir. Wir nehmen viel Deckung raus und treffen drei Leute. Nett. Bemühen wir die Drohne mal wieder? Jetzt mach unsere Technik nicht so runter. Ich sehe bei denen nicht einen, der Plasma verfeuert. Oh, damit eine Legierungskanone rumspielt. Oh, da ein Mechanzug trägt. Drohnen sehe ich auch keine. Die haben vielleicht einen Dr. Frankenfreak oder so, der die ganzen Leute genmanipuliert. Da haben wir nur so einen kleinen. Hey, Frey hat was getroffen? Jubel. X-Ray ist ausgeschaltet. Bin total begeistert. Ich könnte fast weinen vor Glück. Woraer umbauen. Ligo. Grüß dich, Kumpel. Hab was für dich. Minus 1. Tschö. Gut, manch einer möchte jetzt vielleicht sagen, das war ein bisschen übertrieben. Da würde ich sagen, nein. Das war sehr übertrieben. Und ich finde es gut. Weißt du, sie macht das durch eine Betonwand, durch mehrere Glasscheiben als Reaktionsschuss. Da haben andere überhaupt keine Chance, was Vergleichbares zu machen. Die scheitern an einem Stück Papier oder an einer dreckigen Linse. Nicht wahr, Freya? Ivan, du machst einen spitzen Job. Jihau. Unser Partnersender WFXS meldet, dass in den oberen Stockwerken eines großen Bürogebäudes in der Innenstadt ein kleinerer Elektrobrand ausbrach. Es heißt, dass innerhalb von Minuten Ersthelfer zur Stelle waren und es gibt bisher keine Meldungen von Verletzten. Angesichts der nächsten Ereignisse in der Welt ist es jedenfalls beruhigend zu wissen, dass unsere Notfallhelfer nach wie vor bereit sind, ihr Leben auf Spür zu setzen, um mit solchen Situationen fertig zu werden. Aus Prinzip leiste ich keine erste Hilfe. Sie haben es geschafft, ihre Hauptanlage direkt vor unserer Nase zu verstecken. Bei X-Holt leiste ich letzte Hilfe. Das hat eigentlich überraschend gut funktioniert, wenn man bedenkt, was für wirklich bescheuerte Entscheidungen ich zum Teil getroffen habe. Ich hatte ja keinen echten Plan und so, habe einfach mal machen lassen. Ich bin gespannt, ob die Leute verletzungsfrei hier rausgegangen sind. Ich bin froh, dass wir keinen verloren haben. Aber vielleicht hat sich das jetzt mit X-Holt erledigt. Wäre schön. Und vielleicht haben wir Argentinien jetzt zum letzten Mal gesehen. Wäre ja auch mal was wert. Spitzel, nicht mal Verletzte zu beklagen. So muss das sein. Blitzschnelle Reflexe oder Nah und Persönlich. Er hat mimetische Haut. Eigentlich kann er sich schon richtig gut anschleichen. Ich weiß nicht, ob wir dann Reflexschüsse ignorieren brauchen. Andererseits, so nah dran ist er immer enttarnt. Wir nehmen mal die Blitzschnelle Reflexe. Die haben sich bewährt bei Sturmsoldaten. Das finde ich sehr gut. Wir haben Kunstgegenstände geborgen. Und X-Holt-Artefakte. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir irgendwas da drin ganz gelassen haben. So wie wir mit Raketen, äh nicht Raketen, Granaten und Flammenwerfer um uns gefeuert haben. Kommander, jetzt wo das X-Holt-Hauptquartier zerstört ist und ihre restlichen Soldaten abgetaucht sind, ist unsere Abteilung für verdeckte Operationen überflüssig. Konzentrieren wir uns wieder auf die Aliens. Mein Freund, dich halte ich schon lange für überflüssig. Aber gut. X-Holt ist aus dem Weg. Die Aliens verhalten sich ruhig. Und in der Forschungsabteilung ist auch nicht mehr viel los. Dann liegt es wohl an unseren Ingenieuren. Wir sehen also morgen, wie es weitergeht. Bis dahin macht's gut und haltet Jorn steif. Ciao Freunde.